Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Gray und heute werde ich dir einen absoluten Geheimtrick verraten, wie du solche kleinen Feuerwerksbilder mit deinem Smartphone hinbekommst. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht Photoshop oder künstlich irgendwelche Explosionen einfügen. Falls du aber Bock hast, das Feuerwerk mit einer richtigen Kamera zu fotografieren, empfehle ich dir ein anderes Video von mir zu schauen. Hier gehe ich besonders auf die Vorteile einer Spiegelreflex- und Systemkamera ein und du wirst nicht glauben, mit welchen Tricks wir das Feuerwerk richtig scharf fotografieren können. Und nun geht es weiter mit dem eigentlichen Thema. Auf geht's! Für mich ist in der Smartphone-Fotografie auf jeden Fall die Mobilität wichtig und aus diesem Grund hält sich das Zubehör auch in Grenzen. Du brauchst letztendlich nur ein Smartphone, eine ruhige Hand und die kostenlose App Snapseed. Als Hobbyfotograf soll die App eigentlich auf kein Smartphone fehlen. Es gibt sogar auf diesem Kanal ein extra Video darüber, was ich mal gemacht habe. Und das kannst du dir anschauen. Klicke jetzt hier oben einfach auf das I und du kommst dann zu einem extra Video. Viel Spaß! Wenn du jetzt vorbereitet sein möchtest und du schon vorweg weißt, dass dein Handy nicht unbedingt eine Kamerabombe ist, dann pack dir lieber noch ein kleines Stativ ein oder eine kleine Handyhalterung. Ganz ehrlich, so gut wie dieser Tipp ist, könnte er glatt als Geheimtipp durchgehen, aber das wäre jetzt zu langweilig für dieses Video. Und soweit möchte ich mich dann doch nicht aus dem Fenster auslehnen. Okay, auch wenn du im Prinzip nur einen Himmel fotografierst, ist dein Standort sehr, sehr, sehr wichtig für das Bild. Achte darauf, dass du einen genialen Ausblick auf die Landschaft hast und versuche ein bisschen auf das Drumherum zu achten. Ich habe es schon in einem anderen Video erklärt, aber ich sage es dir nochmal, es ist halt extrem wichtig. Erst die Umgebung macht aus deinem Bild etwas Eigenes und Großartiges und du willst letztendlich etwas Großartiges erschaffen, oder nicht? Sei aber nicht zu weit vom Geschehen entfernt und versuche nur einzelne Explosionen einzufangen und nicht gleich alle. Meine Oma sagte immer wieder, David, es führen viele Wege nach Rom. Und genauso ist es ja auch, es gibt viele Einstellungen und viele Möglichkeiten, die zu einem richtig guten Foto führen. Und wenn du Glück hast, sehen deine Fotos instant einfach richtig, richtig gut aus. Aber oft muss man bei einigen Handys den Nachtmodus aktivieren oder in den manuellen Modus wechseln. Letzteres sorgt natürlich für eine bessere Bildkontrolle und kann deutlich bessere Bilder liefern. Im manuellen Modus hat sich eine Belichtungszeit von 2 bis 4 Sekunden als optimal erwiesen. Alle anderen Einstellungen kannst du hingegen der Automatik überlassen. Soll das Bild aber zu grisselig sein oder zu matschig, empfehle ich dir ein Stativ zu verwenden. Hier kannst du dann die ISO auf 400 setzen und die Belichtungszeit maximal auf 8 Sekunden stellen. Je höher die Belichtungszeit ist, desto länger werden auch die Lichtschweife und du kannst deutlich mehr Raketen einfangen. Aber Vorsicht, für diese Methode brauchen wir nicht ganz so viele Raketen, deswegen versuche nicht über 8 Sekunden zu kommen. Wie oft hast du schon mal den Nachthimmel fotografiert und dabei gemerkt, dass der Fokus sein Eigenleben entwickelt? Er macht was er will und tanzt förmlich die Robbe, ohne den Fokus zu treffen. Aber sind wir mal ehrlich, wie soll die Kamera auch den Fokus treffen, wenn es im Nachthimmel nicht irgendwelche Anhaltspunkte gibt und das Bild letztendlich nur rauscht? Hier gibt es aber einen kleinen Trick. Fokussiere einfach die Landschaft unter dem Himmel und alles was dann darüber ist, ist dann schärfer als Omas scharfe Chilischotensuppe. Was für ein Zungenbrecher. Aber scharf ist ja nicht alles, denn wir müssen noch gekonnt auslösen und dabei den Bürstenmodus verwenden. Keine Sorge, du musst dafür nicht den Handy jailbraken, sondern einfach nur den Finger beim Fotografieren etwas länger gedrückt halten. Hier werden dann unzählig viele Fotos erstellt, die wir später alle gut gebrauchen können. Sollte das Ganze aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, keine Sorge, schreib es unten einfach in die Kommentare, schreib dein Handy dazu, sag was los ist und ich bin mir sicher, einer wird dir helfen. Entweder ich oder die Community. Du wirst es nicht glauben, aber auch die B-Note ist wichtig, denn wer die Presswurstmethode nicht perfekt drauf hat, wird wahrscheinlich mit unscharfen Bildern nach Hause gehen. Hmm, aber was ist eigentlich diese Presswurstmethode? Ha, ich erkläre es dir. Als erstes holst du dein Smartphone aus deiner Tasche und lässt es dabei nicht herunterfallen. Dann nimmst du eine stramme Haltung ein und presst deine Arme an deinen Oberkörper heran. Als nächstes winkelst du deine Arme an, hältst dein Smartphone mit beiden Händen schön fest und führst dein Smartphone zum Kopf. Jetzt wird es ernst. Du musst jetzt tief einatmen, die Luft anhalten und anschließend den Burstmodus aktivieren. Solange du fotografierst, würde ich das Atmen erstmal einstellen. Ist das Feuerwerk nach ca. einer Stunde vorbei, kannst du natürlich wieder weiteratmen. Vorher auf jeden Fall nicht. Sarkasmus Ende. Jetzt kommen wir zu einer noch recht unbekannten Methode, die aber so genial ist, dass sie mich immer wieder aufs Neue in Staunen versetzt. Die Methode heißt Doppelbelichtung und lässt sich ganz einfach mit der App Snapseed realisieren. Die kannst du dir am Playstore, aber auch im Appstore kostenlos herunterladen. Ist die App installiert, öffnest du Snapseed und suchst dir als erstes das schönste Bild heraus. Hier solltest du aber darauf achten, dass dieses Bild möglichst viel von der Landschaft zeigt und gleichermaßen auch viel vom Himmel. Dieses Bild ist dann die Grundlage für dein Feuerwerksbild. Anschließend gehst du dann auf Tools und öffnest die Doppelbelichtung. Hier kannst du dann viele weitere Bilder nacheinander reinladen und dein Feuerwerksbild aufpeppen. Aber einfach platzieren ist nicht, denn du musst noch den Bildmodus auf Aufwählen oder Multiplizieren einstellen und erst dann kannst du fast freigestellt dein Feuerwerk im Bild platzieren. Und mit etwas Übung kannst du hier extrem schöne Fotos kreieren, die auf den ersten Blick aussehen wie ein perfektes Bild einer Spiegelreflexkamera. Alter, was kann man denn hier alles rauszeln? Das ist ja Wahnsinn. Wenn man jetzt die Bilder nur auf Instagram und Co. hochlädt, dann wird man mit dieser Methode sehr sehr viel Freude haben. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich denken, dass das Bild mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen wurde. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, könnt ihr die hochgeladenen Bilder gerne mit David Gray tacken. Ich schaue sie mir an und lasse auch gerne ein Like da. Wie findest du eigentlich diese Methode? Hat dir das Video gefallen? Dann kannst du gerne ein Like da lassen, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.